Aufnehmen. Pause. Taste. Jetzt, denke ich mal, haben wir nicht so ganz so einen Grellen-Sound und, ja, ihr merkt, ich experimentiere sehr viel mit dem Schuh und, ja, komme irgendwie immer noch nicht auf mein gutes Ergebnis, aber dafür ist das Schuh ja da. Ja, aber ich denke mal, wenn wir jetzt die, ich glaube, die Einstellung, die ich jetzt habe, bei der 135, ich glaube, dass wir die nehmen können, auch wenn ich vielleicht mal ein bisschen näher dran bin, mal gucken, wie das so klingt, aber auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen klareren Sound und, ja. Ihr merkt, es ist nicht einfach mit dem Schuh und da den richtigen Sound zu finden und, ja, nicht einfach, aber gut, dafür ist so ein, dafür hat man ja die Zeit, dass man rumprobieren kann und den optimalen Sound finden kann, finde ich, ne. Meine Katzen schlafen, ja. 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 Das nochmal als kurze Folge, also ich hoffe, dass wir jetzt mal den Sound haben für das Schuh, wo man nicht so schnell übersteuert, wo nicht ganz so viele Höhen sind, ja, und dann werde ich das jetzt so hochladen als kleine, kurze 135, dann bis zur 136. Ciao, ciao.